Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge URI2 und ja wir haben unsere Eule leider gefunden aber auch gleich schön gefunden und leider wieder verloren die wurde auch ein bisschen malträtiert das heißt sie liegt im sterben und wir sind die einzigen die sie retten können machen wir jetzt auch denn wir müssen die Lichter des Waldes finden und das erste Licht werden wir jetzt mal versuchen zu finden ich hoffe es wird was mal sehen so wir testen es geht also direkt los so und zeigen was du kannst Futterstelle oh das klingt gar nicht gut Futterstelle für mich oder Futterstelle für das Riesenviech Ah ihr wisst schon was die Sache ist ne Seht doch schönes Viech da hinten wieder Mist Schleichen wir uns noch dran vorbei und besser ist das Oh oh Das ist doch auch ne ekliges Viech da Okay Hätt mich wahrscheinlich reinsaugen lassen sollen noch nicht Raussaugen Was Oh Ich fähre nochmal Ich fähre nochmal Ich fähre nochmal Ich fähre nochmal 1 1 1 2 1 Oh, wo muss ich denn noch da längs? Eieieiei Wo geht's denn längs hier? Okay Okay Ich weiß gerade nicht, wo wir lenken sollen, das ist echt mein Problem Ich weiß gerade nicht, wo wir lenken sollen, das ist echt mein Problem Okay, aber wo? Nein, flieg hoch Eieieiei Aber irgendwie Weiß ich nicht, wo ich lenken soll Irgendwo nach oben oder wohin? Nee, also Nein, flieg hoch Ich bin nicht hier drin, aber ich muss doch irgendwas irgendwo anders sein, aber wo muss ich denn hin? Oder kann ich dir hinten an der Ecke hängen bleiben? Dann sieht der mich nicht Ich bin zu langsam Okay, wir sind so mal schneller nach rechts zu kommen Oh Mann, ich hab's gesehen Okay, argh, ist ja echt beschissen Wie lange man auf einer Stelle hängen kann, wenn man da mal hat Ich muss gleich mal richtig schnell sein, glaub ich Oh Mann, der kann einen speichern Speichern mal lieber Mann, ich hätt' aber nur nach links laufen müssen Das war natürlich geil, dass ich Was ich mögliche ausprobiert hab Hat er gehabt Ui, die fressen mich jetzt Das war nicht so cool Okay Wo sind wir hier? Hier können wir Schemen im Sand sehen, Uri Einzulich ist die Heimat der Gorlec Ehe der Verfall sie unter die Erde trieb Ob ganz Nieden so wird, wenn wir das Licht nicht zurückbringen können? Ich hoffe nicht Nein Ah, war blöd Ah, da war so'n 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 blaus Ding Fühle ich ganz gern haben So Wie siehst du wieder Erz Dann haben wir nächstes Mal dort ein bisschen heile machen Ja, gut Ja, das war ja klar Also Meine Kampfkünste sind bescheiden, ne? Ist das denn? Kann ich die Flatter auch machen, hiermit? Ja, das geht bei uns sogar nichts Ah, okay Muss ich schneller sein Oh, weg mit dir Okay, dann kommen wir da hoch Jetzt den Auftrieb Nein Ist das denn da hoch? Oh, der ist noch stark Oh, der ist noch stark Kann ich das denn nicht kaputt machen? Weil er das nicht kaputt machen will da kann es nicht ganz so auf den sack gehen also es ist wirklich blöde hier das ist echt so instabil ist und da kommt rein jetzt auch jetzt kann man rüber kommen auch hier Okay, ich muss es nicht mehr tun. Es gibt! Ich habe ein Wettbewerb. das ist instabil hier alles war gar nicht so schlecht reisende auf ein wort nein nein keine sorge ich bin dem fall entkommen der von so viel meines volks besitzer griffen hat aber sie hat ein problem du hast dich so gleich jetzt das wasser oder ich fürchte meine feldflasche ist beim sturz kaputt gegangen nicht dass ich durst hätte die goleks in hartem nehmen könnte tagelang in der wüste leben aber hin und wieder ein schluck wasser das wäre gut ein wunderschöner baum wühle du hast eine neue bewegung drücke er wieder erneut um beim wühlein zu sprinten ach so auch super cool geile fähigkeit ok also das ist ja mal richtig cool ja die prüfung die kann man machen aber wenn sie wirklich ganz so wichtig das ist ja viel geiler auch hier aber sie fragen wo man es alles anwenden kann wahrscheinlich nur bei diesem sand gehen ich bin auch durch die dunger wühlen das ist ja mehr als geil das ist ja 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 ich bin nicht zu blöd das war mir schon klar alt ist das schwer alter muss auch ein bisschen konzentriert hier sein so das geht auch Was? War mal? Mal, mal, mal. Okay. Mein Gott! Okay, ein Stein. Dann brauchen wir ja auch, wahrscheinlich. Ich muss nicht, weil ich das ja nicht... Ich hab ja nicht mal die Tür gefunden, wo er hinten soll damit. Nein! Na, guck mal! Guck mal, leben wir? Nein! Nein! Wie dumm war das denn? Wie dumm war das denn? Guck mal! Warum kann ich denn nicht den... Warum geht das nicht? Na jetzt! Warum geht das nicht? Oh, Mist! Das ist ein schweres... schwere Eckige, wa? Okay, warte mal. Oh, komm schon! Okay, warte mal. Ich krieg den da oben nicht, ne? Oh, das krieg ich echt nicht. Weißt du was? Scheiße, ich jetzt drauf. Weil ich das einfach kaufe ich nicht. Dann lieber... Die anderen Teile finden. Wahrscheinlich auch. Ich hoffe natürlich nicht, dass da hinten so ein Teil ist. Aber ich muss das natürlich doch noch mal machen, aber... Guck mal. Okay, das haben wir ja schon. Warte mal hin. So. Okay. Wir müssen hier reinsetzen. Zwei. Einen haben wir. Okay. Wo kann der Zweite sein? Hä? Guck mal hier raus. Guck mal hier raus. Ja, ich habe noch ein Klüppeschein. Wie soll ich denn... Achso, ja. So. Okay, das ist noch ein. Einmal noch ein. Oh nein, ich bin doch mit. Wie soll ich da sein? Und wenn ich mich davon bin? Das ist doch. Ich bin der only in diesemСort. Ich bin derjenige. ich auch das was das ich bin und schon dessen fand ich sagt jede mann gesagt du sollst du was im graben vielleicht hast du ja mehr glück mal guckt so vielleicht finden wir den roh diamanten dann können wir ihm geben aber ja 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 auch wenn man Oh mein Gott! Du? Das ist ein Rennen. Gut. Wie stehen wir denn jetzt, das war? Das ist ein Rennen. Gut, wir können jetzt nicht werfen, das war? Ja, wir können hier. Das ist ein Rennen. schon wieder dahin gelaufen was mache ich ich habe nicht der an der steinung kommt das frechheit jetzt wird zum linken wo war das denn jetzt Warum war die Tür, okay. Soll ich die weg, ne? Muss eben dann nachher noch die Kette werden machen. halt der schwede so ein bisschen nervig ja Okay, dann komme ich hier einfach so durch. Na gut. Aber ich glaube, es reicht noch für heute. Hier machen wir erstmal Schluss und dann gucken wir beim nächsten Mal, wie wir durch dieses rosa-violette Dingsbums da kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Untertitelung. BR 2018